Hallo liebe YouTuber, hier ist wieder Citroen mit einem neuen Video und zwar mache ich diesmal ein Gameplay zu GTSan Andreas Online SMP und ich bin hier als Cop unterwegs mit dem Durex Durex Hallo, ich bin der Durex und dem Bullseye Hallo, ich bin der Bullseye und wir jagen jetzt Verbrecher auf dem Server mit unserem Speedcar und dann gehen wir mal direkt auf den Schweda, wie man den im Chat sieht ID 106 und der hat den Durex, der neben mir sitzt, angegriffen und hat jetzt eine Schussfreigabe, dass wir ihn erschießen dürfen Blaulichter an und los geht's Erzähl uns, wo ist er? Er hat mich gerade in die Luft, ja Okay, wir kommen Gebt ihm mal kurz Eier plus 1 Nein, nein, mach mal nicht So, wir kommen jetzt da hin Ja, du sagst, Durex, erzähl mal was zum Server Ja, was gibt's dazu sagen Ich bin auf Liberty Relief Die IP wird dann in der Videobeschreibung stehen und wir haben hier verschiedene Staatsfraktionen Die Grünen sind die Amis Die Schwarzen, die FBI Und dann gibt's noch Die Weißneutralen, das sind die Swaddler Gucken wir ganz kurz, wo er ist 106, da vorne Ja, ansonsten gibt's ja auch noch verschiedene Fraktionen wie die ADAC, die Medics Was gibt's noch? Ja, die ganzen Gangs Fahrschule Ja, Fahrschule noch und die ganzen Gangs Und noch neben Jobs, ne Waffendealer, Drogendealer Also ist wirklich ein Real-Life-Server Kann man schon drauf spielen, könnte drauf kommen Und wir müssen wenden Wohlsein, wo bist du? Ich bin tot, ihr kennt mich gleich mal kurz Ja, bist du Carlos? Ja, die haben mein Auto fährt Bist du nicht Carlos? Nein, Dings Die sind mit dem Infernoß unterwegs, ne? Aber das wird ein Rennen Ja, ich will das, glaube ich, das letzte Mal Drei haben wir geschrottet Oh, der hat schon ein Skill dabei, ne Mit dem K So, jetzt haben wir nochmal Ja, die Kopka Mit Kopka? Schlecht Ja Ja, bei mir, wenn ich mit Frap Aufnehme, gibt's dann dieses Stottern, das die man später in der Aufnahme nicht Aber ich spür das gerade, deswegen war ich ein bisschen so Na ja Na, bis wir bei ihm ankommen Müssen wir noch was zum Server erzählen Bullseye, hast du auch was zu sagen? Wirklich? Nee, fällt euch nix im Server hin Ja, da gibt's halt ne geile Fraktion, ne Hitman Hitman, genau Erzähl mal was dazu Geld fürs Töten Geld fürs Töten, ne? Auftragskiller Ey, die sind bei der Bank, wir sind sofort da So, los geht's Direkt hat der Spada was? Nein, aber wo ist der andere? Warte, ich komm Nein, der Spada hat nichts Da, da vorne Ist er zu Fuß oder was? Ja, er ist zu Fuß Direkt erschießen, los geht's Ich kriege ich Bam, one shot Was? So, Citron tötet Verbrecher Schweder So, das war's schon Nächste Jagd Ähm, auf jeden Fall mal gehen Warte, wir gucken Nein, sorry Seid ihr mit dem Speed unterwegs? Ja Okay, dann komm ich auch rein 1, 1, 8 5 und jetzt Malcolm X Die sind mit dem Sultan unterwegs Gucken wir mal Direkt vor uns Ausroben Ausroben, schön Ah ja, genau, wir können ja noch was zum Raum erzählen Man kann jetzt hier auf dem Server Ähm, Moment Oh, da ist ja Man kann hier Tankstellen ausrauben Banken ausrauben Und Kiosks Kiosks Ausrauben, ne? 24 Ja, nennt man ja So, da vorne sind die Ist einfach hier lang Bullseye, kommst du? Ja, ich muss Ich glaub, die waren die Banken ausrauben Oh, oh, die wollen die Banken ausrauben Schell Bevor die reinfahren Schell Warte Da, da, da Oh, Kopa 1, 1, 8 Kopa, Bumpenangriff Direkt Und Nostflucht Und der Oh, jetzt Jetzt verteilen Sterne verteilen So, dann gib mal Wer war daneben ihm Hast du gesehen? Hm, hm Ah, Ghana Boy Kann's sein? Ja, kann sein Der hat immer Gana Boy Ja, das war ja Dann gehen wir mal Ghana Boy Äh, vier Wontes wegen Beihilfe Und Der andere hat schon Kopa bekommen Und er kriegt Nostflucht Ghana Boy Zwei Nostflucht So Zehn Wontes hat der Und auf die beiden Gehen wir jetzt Bullseye, kommst du auch? Ja Okay Äh, ja So Den ihr Autos verschnackt Ich würde mir die schnell holen Die gehen zum PMS Jo, ich fahre schon Steller geht nicht Das Speedcraft hat nur 170 Hast du MP5 dabei? Äh, nein, hab ich keine Das Armoniere ich schnackt schon zu Hier holen sie den PMS Ah nein, sie sind wieder raus Da sind die Wohin fährst du? Äh, ich fahre jetzt hier links Ne Bisschen irritiert Boah, das leckt So, sollte Ich gebe mein Bestes, man Jetzt machen wir einen schönen Stunt Oh, voll das Oh, war das hart Also wir haben uns auf jeden Fall gerade fast aufs Dach gelegt, würde es sein Ja Wie wärs, wennst du mich mal fahren willst? Willst du fahren? Ich habe aber gar kein MP5 Ich auch nicht Was bringt mir das? Action nebenan Action nebenan, okay, warte kurz dann Gleich Übernahme Wollen die immer noch die Bank rauben? Nein, du nimmst, gleich bei der Bank Nein, einnehmen wir nicht Nein, nein, nein Ah ja, ein Namen Jetzt sag mal was du ein Namen, wohnst du, Rex Ja, was gibt's das? Ah, viel Also wir können FBI Ähm, LSBD, SFBD Krankenhaus Also da ist der LSBD Los Santos Police Department, ne? und er hat die bank reinnehmen und dann gibt es noch gangs bei gangzonen noch einnehmen als gangs gegenseitig einnehmen wie beim 1 1 player und da vorne sind dann verdient halt nebenbei geld und man hat die augen lang schafft die schießen und wir haben einen platten egal weiter jetzt gruppe hat er schon mal so ja ein namen auf jeden fall schön geld mit dem geld kann man sich autos kaufen autos verkaufen motorräder kaufen und du rechst wenn du willst war du mal so lange erzähle ich ich habe es ja los sowohl so lange her wie fast ja also man kann hier auch so über ein forum hier anmelden bei gangzonen oder bei gangs und dann kommt man da halt rein man kriegt rang 1 bohr weil man reinkommt kann dann durch die aktivität durch die aktionen rang abbekommen wenn man abbekommen hat man halt verschiedene rechte auf andere cars die man fahren darf und hier gibt es auch nicht das oder nicht da vorne sind die davon ist die warte lasst mich aussteigen dass wir aussteigen stopp 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 schießt 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 hoffentlich komme ich zurück ja die kommt zurück warte ich glaube nicht wo bist du ja finde mich da nein kommen wir hier die straße richtung los santos naja auf dem server sind halt die verbrecher so dass sie immer flüchten bei jeder scheiße aber wir bekommen sie trotzdem der durchs ja wohl sei wo sie haben zu ihm verlassen er musste leider von uns gehen ja egal weiter geht's auf mich und den kann aber ja du fährst ja deutlich besser als ich du heute schlecht gucken die will ich noch erschießen in dieser aufnahme davon haben die randy frontal frontal war bis brennt und los geht's stecken bleib stehen bleib stehen bleib stehen schön die ganzen drei verbrecher gepackt immer high five heute kommt das einmal hinfallen fallen so damit sage ich auch mal tschüss durch diesen durch dieses winken sag ich mal tschüss dank fürs zusehen wenn ihr es wenn euch gefallen hat bitte abonnieren daumen hoch und schön teilen für mehr videos dank fürs zusehen tschüss